hallo zusammen schön dass ihr wieder da seid zu unserer reise des insel abenteurers wir gehen mal hier richtung des schwarzen turms hier weil wir brauchen hier noch eine truhe und da sind ja tun also eine legendäre truhe eine energie mehr würde gerne an den jungs vorbei reiten wenn wo haben wir da oben tun ich habe eine vorstellung davon wie er aussieht wo ich hin will aber ist das da oben schauen wir mal ob das eine legendäre truhe ist das hier gewesen ja hier hier wollte ich her und möglicherweise nicht gleich sterben wenn es geht oh oh wo ist hier noch wer da auch okay haben wir alle wow das hat sich ja gelohnt das ist eine legendäre truhe so genau ja weins rostige pieke hier noch die bringen eigentlich glaube ich alle nur knochen nee das brauchen wir nicht waren hier nicht zwei truhen wieso bilde ich mir ein dass da zwei truhen waren und die papyrus klinge oh schön ja habe ich die jetzt genommen nee habe ich nicht habe ich die pieke eben mitgenommen die papyrus klinge probiere ich mal aus ach das ist wieder so ein zweihandschwert ja was habt ihr für schwerter du hast auch gut und du hast den gehärteten stahl haben er der hat eine recht hohe rüstungs durchdringung das fand ich eigentlich ganz gut und x haben wir der ist noch besser als das schwert ok ach gut ich mache das mal so dass ich so genau so dann lass uns mal gucken ob wir die leeren schmiede finden dann ja das ja 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 Ich mag mein neues Schwert. He's in T. Ah! Oops! Oh, kein Schlüssel mehr. Ups. Wir versuchen die mal zu ignorieren. Bitte, liebes Spiel, stürz jetzt nicht ab. Okay. Habe ich noch ein Machtfragment? Ja. So, ich glaube nicht, dass das, was man sieht, dem entspricht, was man bekommt. Nein. Eine neue Schriftrolle. Schriftrolle, schwerer Knüppel. Er lernt, schwerer Knüppel. Lässt er sich suchen? Ja. Okay. Naja. Gut. Den kannten wir schon. War das der? Leider haben wir nur das eine Machtfragment. Schade. Die anderen habe ich gegessen. Aber wir kriegen sicher noch mehr Machtfragmente zusammen. Ja. Haben keins mehr. Kalt hier. So, dann gehen wir hier wieder raus. Oder gibt es hier sonst noch irgendwas? Ne, ne? Ne. Nope. Okay. Die tower. Calls. And I come. It does not call to me. But to the object I carry with me. Eh. We'll end the tower. The male weapon will be in again. The vaults will open. This is my will. I am doger. So, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst doch gerne ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.